Musik Grüß dich, ich heiße Felix und bin 14 Jahre alt. Ich bin jetzt seit drei Jahren hier in Abingdon und stehe grunden Franklins von unserem wunderbaren Sprachblock, was heute sehr angemessen ist, weil wir heute feiern, wie viele Leute verschiedene Sprachen an unserer Schule sprechen. Servus! Hallo, mein Name ist Alberto und ich spreche Italienisch. Ich liebe Pizza. Hallo, mein Name ist Christopher und ich bin 12 Jahre alt. Ich spreche in Serbisch und meine Sporte sind in Karate. Hallo, mein Name ist Andres, ich bin 15 Jahre alt und meine Eltern sind. Mein Favorit ist in Manchester United und ich liebe es die Gitarre. Hallo, mein Name ist Marc. Ich bin 10 Jahre alt und ich spreche in Russland. Ich bin 15 Jahre alt und ich spreche in die Sporte und ich bin 15 Jahre alt. Ich bin 15 Jahre alt und 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 ich bin 15 Jahre alt. Mein Name ist Mark und ich bin 14 Jahre alt. Mein Name ist Thierry.